Hallo liebe Kinder! Heute machen wir einen kleinen Mikrofonvergleich. Wir werden mal ein Kombo abnehmen. Ein Schwörber mit einer ganz normalen Strahlanfall in Embran. Und wir haben billige Mikrofone und etwas teurere. Ich habe die einzelnen aufgenommen und dann werden wir uns gleich mal anhören, wie die einzelnen klingen und hinterher werde ich das durchschalten. Sozusagen schauen wir uns mal einmal ganz kurzer Setup an. Sieht wie folgendermaßen aus. Nochmal was zur Abnahme. Die Mikros sind positioniert zwischen Konus und am Rand der Membrane ziemlich in die Mitte. Nicht Off-Excel, es ist einfach gerade drauf. Auf geht's! so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020